Unter den zwölf Tierkreiszeichen hat jedes seine eigenen charakteristischen Eigenschaften, die sich in der Persönlichkeit und im Verhalten der Menschen widerspiegeln, die unter diesen Zeichen geboren wurden. Im Fall des Sternzeichen Stier finden wir eine faszinierende Mischung aus Merkmalen, die sie zu einzigartigen Individuen macht. Stiere sind bekannt für ihre Geduld, ihre pragmatische Herangehensweise an das Leben und ihre tiefe Verbindung zur materiellen Welt. In diesem Video werden wir einen genauen Blick auf die Stärken des Sternzeichen Stier werfen, insbesondere in Bezug auf ihre Fähigkeiten, Probleme zu lösen. Von ihrer Geduld bis zu ihrem konservativen Ansatz bieten Stiere eine einzigartige Perspektive auf die Herausforderungen des Lebens. Ausdauer und Entschlossenheit Wenn Sie sich auf die Lösung eines Problems einlassen, sind Stiere äußerst ausdauernd. Sie geben nicht leicht auf und setzen alles daran, eine Aufgabe zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Diese Entschlossenheit, selbst in schwierigen Zeiten durchzuhalten, ist eine ihrer größten Stärken und ermöglicht es Ihnen, selbst die größten Hürden zu überwinden. Geduldig und beharrlich Stiere sind bekannt für ihre unerschütterliche Geduld und ihre Fähigkeit, hartnäckig an einer Sache zu arbeiten. Wenn Sie auf Probleme stoßen, nehmen Sie sich die Zeit, es gründlich zu analysieren und beharrlich an einer Lösung zu arbeiten. Diese Geduld ermöglicht es Ihnen, selbst die komplexesten Herausforderungen Schritt für Schritt zu bewältigen, ohne sich von Rückschlägen entmutigen zu lassen. Pragmatismus und Bodenständigkeit Stiere sind äußerst pragmatisch und bodenständig. Sie neigen dazu, realistische und praktische Lösungen für Probleme zu suchen. Ihre Sinne sind gut entwickelt und sie verlassen sich auf bewährte Methoden und bewährte Wege, um Hindernisse zu überwinden. Dieser pragmatische Ansatz ermöglicht es Ihnen, effizient und effektiv zu arbeiten. Konservativ, aber zuverlässig Stiere sind eher konservativ und halten oft an bewährten Wegen und Traditionen fest. Sie sind vorsichtig, wenn es um Veränderungen geht und bevorzugen die Beibehaltung von Konstanz. Diese konservative Natur macht Sie jedoch äußerst zuverlässig und vertrauenswürdig. Andere können sich darauf verlassen, dass Stiere ihre Versprechen halten und ihre Aufgaben gewissenhaft erledigen. Sinn für Schönheit und Ästhetik Stiere haben einen ausgeprägten Sinn für Schönheit und Ästhetik. Sie schätzen die feinen Dinge im Leben und können oft harmonische und ästhetische ansprechende Lösungen für Probleme finden. Ihre Fähigkeit, Schönheit in allem zu sehen, was sie tun, verleiht ihrer Arbeit eine besondere Note. Genussfreudig und sinnlich Stiere genießen die Freuden des Lebens und sind sinnliche Wesen. Sie wissen, wie man das Leben in vollen Zügen genießen und können sich in den einfachen Freuden des Alltags verlieren. Diese Fähigkeit, Freude zu empfinden, kann auch dazu beitragen, Stress abzubauen und eine positive Einstellung in schwierigen Zeiten aufrecht zu erhalten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Sternzeichen Stier mit seinen einzigartigen Eigenschaften und seiner Herangehensweise an Problemlösungen eine wertvolle Bereicherung für den Tierkreis darstellt. Ihre Geduld, Beharrlichkeit und ihr praktisches Denken sind bewundernswerte und können oft als Inspiration dienen. Während sie vielleicht manchmal als zu konservativ angesehen werden, zeigt sich doch, dass ihre Beharrlichkeit und Beständigkeit oft die Schlüssel zum Erfolg sind. In einer Welt, die sich ständig verändert, können wir viel von der stabilen Natur der Stiere lernen. Obwohl jeder Stier individuell ist und seine eigenen Herausforderungen und Stärken hat, ist ihre gemeinsame Fähigkeit, sich Problemen mit einer ruhigen Gelassenheit zu stellen, bewundernswert. In unserer hektischen Welt können wir alle etwas von der Entschlossenheit und Ausdauer der Stiere lernen. Wenn sie also das Glück haben, einen Stier in ihrem Leben zu haben, schätzen sie ihre einzigartigen Qualitäten und die besondere Art und Weise, wie sie die Welt sehen. Es ist eine Welt, in der Geduld und Beharrlichkeit oft die Früchte tragen.